Leute, wenn ihr drei Tage kostenfrei nach Amsterdam wollt, dann nehmt Teil im aktuellen Red Bull Doodle Art Contest. Da könnt ihr irgendwas zeichnen, irgendwas kritzeln, was euch halt gefällt zu einem x-beliebigen Thema. Ich finde Blumen immer schön oder so Ginflaschen. Das Ganze müsst ihr dann auf der redbulldoodleart.com-Seite einreichen bis zum 12. März. Und da ich in der Jury sitze für den deutschen Vorentscheid, schickt mir unbedingt einen Screenshot. Viel Spaß!